Komisch. Irgendwie fühle ich mich jetzt total super. Mrs. Sugarman ist cool. Ach komm. Was? Du findest Mrs. Sugarman cool? Ja, ehrlich. Du hältst mich wohl für bescheuert. Nein, tu ich nicht. Ich sollte also glauben, dass du mit der alten Dame Spaß hattest. Hatte ich auch. Wir haben drei Runden Backgammon gespielt. Na schön, ich hab mich tödlich gelangweilt und ein Wohltäter bin ich auch nicht. Schon okay. Deshalb bist du kein schlechter Mensch. Das seh ich anders. Ach Unsinn. Ich kann einfach nicht mit dir mithalten. Es geht nicht ums Mithalten, Sebastian. Weißt du, was dein Problem ist? Du nimmst dich selber viel zu ernst. Ach, stimmt doch gar nicht. Klar stimmt's. Versuch locker zu sein. Ich bin locker. Können wir jetzt das Thema wechseln? Gern. Was soll das denn? Hör auf, ich kann sonst nicht fahren. Schluss jetzt. Hör auf damit. War das ein Lächeln? Nein. Nein? Hörst du jetzt auf? Schon gut, lach ruhig. Ich verspreche dir, ich verrate es keinem. Ich läge dich über. Wirklichs. Bert raus will. Wirklichs. Sicher. Junge. Vielen Dank.